Das Spiel war ok, das Spiel war gut, das Ergebnis ist top, es bleibt super, es ist alles in Ordnung soweit. Meine Damen und Herren, Tiefe war heute entscheidend, Kleinigkeiten war entscheidend, Zweikampfverhalten war entscheidend, das haben wir richtig gut gemacht, aber das Spiel ist jetzt schon vorbei, heute Abend können wir ein bisschen feiern, ist in Ordnung, hey, Portion Demut, Demut wieder raus für nächste Woche, wieder hart arbeiten, dreimal die Woche Training, Montagdienst, Donnerstag, heute feiern, morgen nochmal auskurieren, ab Montag geht es weiter, ich will den ersten verdammten Ausführer sehen, habt ihr gehört? Und den holen wir uns in einen Garten, den holen wir uns in einen Garten, dafür tun wir alles, geben wir ihm alles. Männer, Gratulation für das heutige Spiel, heute feiert noch einer, die Felses. Die Felses Die Felses Die Felses Die Felses Die Felses Ja, der DSM Boah!